Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Term. Heute oben rechts eingeblendet, dieses Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Wir gehen auf die Landauktion. Wir sind im letzten Gebiet und wir hatten echt verdammtes Glück mit unserem letzten Land hier. Obwohl, der hat noch mehr, aber wir haben mehr Profit gemacht. Wie kann das sein? Ähm, ich würde gern... Wo, wo möchte ich hin? Hier ist so eine Ader, die nach hier immer dicker wurde. Mal gucken, ob wir irgendwie irgendwelche Muster erkennen. Geh mal da hin. Nee, da wird... Okay, wenn ihr euch da so überbietet, dann gehe ich da hin. Achttausend. Zehntausend. Zwölftausend. Hey, das ist meins. Hallo? Dann gehe ich halt da hin. Achtzehntausend. Achtzehntausend! What? Was? Guck mal, was die alle... Nur Blanché... Aber die stechen wir jetzt aus. Alter, was machen die denn? Für einundzwanzigtausend kauft der Land? What the fuck? Okay, wir haben das Supersilo gekauft und die Ride-Verbindung. Haben wir letzte Folge abgegradet. So. Verwende eine Pipeline und was gar... Ja, ja, der Ölpreis wird besser denn hier sein. Ja, 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 ja. Letzte Folge, letzte Map hatten wir echt Glück. Mit dem Öl. Ich hoffe, dieses Mal auch. Das wäre... Das wäre ja schön. Aber die suchen schon so lange. Okay. Vielen Dank. Ich hoffe, es ist auch... Äh... Jetzt sag nicht da! Sag nicht hier! Geh doch mal was da rüber. Ja, da! Toll! Wie wär's? Ich möchte hier hinten... Ich... Boah, da halte ich noch einen Turm. Du kannst nach Hause gehen. Kann ich dich hier wegziehen? Huch! Hier hinten sollst du Öl finden. Ich will da nicht zwei Ölbohrtürme direkt nebeneinander stellen. Das ist doch ein Schwachfug. Ich glaube, wir haben ein... Ein mieses, mieses Land erwischt. Hör auf zu winken, du nervst. Ich baue da nicht noch einen Turm hin. Da gehe ich doch von dem dann da gleich dahin. Es kann nicht sein, dass hier gar nichts ist. Aber hier scheint... Okay, in diese Richtung scheint es einiges zu geben. Na gut. Äh... Dann machen wir den nachher vielleicht zum Gasturm. Da hinten ist Gas. Äh... Entschuldigung. Verkauft natürlich nicht. Ja, wo ist es denn? Hallo? Toll. Wo ist denn hier Gas? Du Spasti. Okay, das wird keine gute Runde. Hier ist echt nur Gas dahin. Ich versuche mal dann, wenn wir so wenig Öl haben, das wenigstens schön teuer zu verkaufen. Und mache erst mal ab 90 hier Verkaufsstart. Wo ist denn... Ich verstehe nicht, wo da Öl ist. Ach da! Oh Gott. Und hier zwischen ist auch noch was, ja? Oh, mehr Geld hat ich gar nicht. Warum macht er das denn nur so klein? Ja. Ist okay. Jetzt mal. Oh Gott, wie süß. So ein kleines. Ist der Felsen dazwischen? Nee. Dann gehen wir da direkt rein mit dem. Da ist auch noch was, oder? Ich schicke mal in den Maulwurf hin. Ah, ich hätte auch den Scanner machen können. Ich hätte diesen direkt gesehen und etwas genauer. Aber egal. Da ist Gas. Okay. Eine kleine erbärmliche Runde. Ein erbärmliches Stück Land. Aber hier scheint uns einiges an Öl drin zu sein. Dann machen wir das mal was größer. Weil das kriegen wir, glaube ich, locker leer in dem Jahr. Vor allem müsste ich hier so viel upgraden. Das wäre, glaube ich, ziemlich teuer. Deshalb möchte ich das nicht. Aber hier, das scheint ein größeres zu sein. Das musste gerade mal sein, damit die da mal mehr rausziehen. Sonst haben wir hier Spillage-Probleme. Ah, das kostet 750. Okay. Machen wir das jetzt gleich mal. Ich weiß noch nicht, was Super-Silo ist. Ich weiß jetzt einfach nur, dass alles dann in einem Silo ist, oder was? Ach, das ist... Super-Silo. Toll. Steht sogar dran. Das ist wunderschön. Ey, ihr müsst auch hier hinten holen, ne? Das ist euch klar, oder? Das ist dasselbe Feld. Ja, das ist bestimmt dasselbe Feld. Kann man hier auch... Ist ein 5-Meter-Brett integriert. Kann man dann auch reinspringen ins Öl. So ein bisschen wie Dagobert Duck. Nur nicht mit Geld, sondern mit Öl. Tja. Was ein blödes Land. Ich meine, wir können noch einiges hier an Profiten mitnehmen, aber halt nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Links steigt er wieder, rechts steigt er auch. Schreibt er jetzt gleich schnell? Ne, rechts steigt er schneller. Okay. Habe ich richtig gesehen. So, das eine ist schon leer. Okay, das ist das Gleiche. Dann werden wir gleich mal... Die sollten ja gleich leer sein. Wir werden ihm gleich nochmal einen Wünschelruten-Heini losschicken. Wenn es hier echt nichts mehr gibt, dann gehen wir wieder. Dann verlassen wir dieses Land. So, da ist jetzt leer. Und da ist auch leer. Okay. Wünschelruten-Heini. Do your thing. Da ist noch Öl. Wahrscheinlich eher unten, ne? Weil die Map geht ja immer noch ein bisschen... Da. Ein bisschen schneller bohren. Ich hoffe, da ist... Ich habe einen Diamanten getroffen, was? Hat er gerade gesagt, ich habe einen Diamanten getroffen? Oh ja, Tatsachen. So, den nehmen wir natürlich mit. Und hier... Weiten wir schon mal... Achso, wir können natürlich in der Zeit... Da noch drüben verkaufen. Das machen wir gleich noch größer. Äh... Verkaufen wir doch hier. Oh, über 1,60 war der Preis. Nice. Der Preis ist nice, Alter. Wir haben schon Dezember. Scheiße. Scheiße. Wir werden es nicht leer kriegen. Dieses Riesending kam viel zu spät. Das kam viel, viel zu spät. Also, sichtbar war es viel zu spät. Dass wir da noch irgendwas... Äh... Mit hätten machen können. Extra Zeit kaufen. Komm, wir haben ja zwei. Ich weiß nur nicht, äh... Wie lange... Wie lange wir jetzt extra Zeit haben. Die Musik ist auf jeden Fall wieder ruhig. Kriegen wir jetzt einen Monat mehr vielleicht? Das wäre ja schon mal ganz schön. Ah. Okay, jetzt kommt die extra Zeit. Los, pump it, pump it, pump it, baby. Scheiße, kriegen wir auch nicht mehr leer. Schade, aber wir werden immer noch ein bisschen was, äh... Ein bisschen was verkaufen können. Immerhin 25.000. Naja. Naja. Haben damit immer noch am meisten gemacht. Und die zahlen so viel Geld für ihr Land. Weißt du? Und wir? Okay, wir sind auch die reichsten gerade. Das heißt, wir könnten wieder... Bei Auktion gut zuschlagen. 8% Aktien. 8% Aktien. Das würde uns... Äh... Gleichstellen mit Joshua. 8% Aktien. Ich würde sagen, wir schlagen kurz vor... Kurz nach Daisys Maximum zu. So bei 33.000, 34.000. Das würde sie sich wahrscheinlich nicht leisten wollen. Wir gucken mal. So. Zack. 32.210. Damit haben wir jetzt 12% Aktien. Sind immer noch der letzte, aber wir sind... Ah, ich hab mich verrechnet. Sind näher dran an Joshua und so. Ähm... Ist die Frage. Warte mal. 12 plus 18 sind 30. 30. 36. Es sind schon 50% der Aktien vergeben. Können wir überhaupt noch gewinnen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Turmoil. Macht's gut. Tschüsschen.